bevor ich mit anderland fortfahre ein kleines zwischen intermezzo mich haben manche gefragt warum ich hier das lese was ich sonst nicht gemacht habe auch wenn es diesem kanal den die leute hauptsächlich aus gründen der philosophie und der politik beitreten so gar nicht passt ich habe mich entschieden und so wird es nicht unwahrscheinlich sein dass ich in einem halben jahr oder vielleicht sogar früher einfach im gefängnis sitzen werde was ich nicht allzu lange überstehen durfte bevor dieses eintritt möchte ich daher was ich in meinem leben geschaffen habe an schriftlichen werken einlesen kapitel 5 des ersten buches die masken des todes seit der zerstörung des camps sind drei monate vergangen mark hat sich bei mir eingelebt und geht seit einiger zeit mit garth dem troll meinem major domus zum einkaufen auf diese weise hat er viel über anderland gelernt vor kurzem hat er es sogar gewagt den schleimigen aber netten gelwin selbstständig die leckeren bonbons abzukaufen in begleitung von garth oder mir hat mark die obersten ebenen der unterwelt erkundet eines morgens zwei stunden vor dem simulierten sonnenaufgang in der unterwelt klingelt es an der tür es ist ein besuch den ich schon längere zeit erwartet hatte garth und mark schlafen noch fest so gehe ich zur tür im zwielicht der unterstadt steht ein mann mitte dreißig mit blonden halblangem haar und einem kurzen bart er ist in einer schwarzen robe dessen kapuze tief in die stirn hängt mit der rechten ist auf einen wuchtigen hölzernen stab gestützt ich hatte einen älteren menschen erwartet dieser wirkt erstaunlich jung er stülpt die kapuze nach hinten freundliche augen blicken mich ehrfurchtsvoll an als er meine flügel gewahrt ehrwürdiger unsterblicher er verneigt sich das ist nicht nötig entgegne ich tritt ein ich führe den mann in das wohnzimmer und wir setzen uns in die sessel ich danke euch dass ihr mich empfangt ardala meint der mensch es ist mir bewusst welche chance dieses angebot für die menschen in anderland bedeutet wie ihr wisst leben die menschen in anderland meist in enklaven fernab von den anderen bewohnern menschen sind hier nach wie vor oft verhasst und das obwohl wir die neue welt ebenso wenig mögen wie ihr wenn ich es richtig sehe zauberer antworte ich seid ihr der gesandte der gilde der magier eine gruppe von menschen die der kunst mächtig ist stimmt das der mensch nickt mein name ist roderick der rote unsterblicher der elbbelkar rief uns um hilfe in einer sehr schwierigen angelegenheit ich bin darüber voll im bild ich denke einen augenblick nach habt ihr erfolg gehabt leider nur wenig meint roderick ernst wir haben eine reihe von rufen durchgeführt aber leider haben wir keinen kontakt zu bekommen so ist es zu befürchten dass derjenige welchen ihr sucht nicht mehr dort weilt wo wir nachgesehen haben das hatte ich befürchtet belkar hatte einen wichtigen informanten in der neuen welt einen in der chef etage der handelskammer der mithin mächtigsten organisation der welt ihr präsident markus onderein gilt als einflussreich und skrupellos aber vor einigen monaten starb der informant belkar nahm daraufhin mit einer menschlichen enklave in anderland kontakt auf und suchte nach menschen die ebenfalls mit magischen fähigkeiten ausgestattet waren menschen sind in anderland von den monstern wenig gelitten schließlich hatte man eine gilde von schamanen und nekromanten ausgemacht die den geist des menschen suchen und befragen sollten aber offenbar war es ein fehlschlag dann danke ich euch roderick ich werde in jedem fall ein gutes wort beim rat der stadt einlegen eure situation wird sich sicher bald bessern erkläre ich der zauberer lächelt und deutet eine verbeugung an ich danke euch ihr würdiger aber es besteht hoffnung das heißt wenn ihr eine nicht ganz ungefährliche reise wagen wollt keiner von uns könnte so etwas wagen aber ihr was meint ihr nun wir könnten ein portal öffnen das euch zu ihm führt kein mensch hat die kraft es zu durchschreiten ohne zu sterben aber ihr vielleicht ich weiß was er meint es ist keine frage ich muss es versuchen auch wenn das risiko selbst für mich nicht unerheblich ist nun erwartet mich in drei tagen in eurer enklave roderick der rote seid bereit das portal zu öffnen damit ich ihn aufsuchen kann ich entscheide mich mag nichts zu sagen sondern nur gar zu instruieren diese reise würde selbst für mich so gefährlich werden dass ich mag in jedem fall daran hindern muss mir zu folgen seit der entstehung von anderland haben sich die ersten portale manifestiert nur wenige die sie durchschritten sind je wieder gesehen worden fast alle führen in welten die so fremd und lebensfeindlich sind dass man nur den tod oder wahnsinn findet daher hat man vor längerer zeit aufgehört sie zu erforschen viele bewohner anderlands sehnten sich früher danach andere bewohnte welten zu finden gefunden hat man keine heute ist es außer mode neue zu suchen aber einige die man fand waren so bizarr dass man um die tore burgen errichtete um sie zu bewachen und eines dafür davon führt ins reich der toten zumindest der menschen den monster sah man dort nie es ist eine welt in der menschliche allegorien und der glaube selbst form angenommen hatten dennoch wirkte sie dem vernehmen der wenigen reisenden nach wie ein verfaulender abfallhaufen es war eine es war der zur welt gewordene dreck der menschlichen furcht des hasses und der verzweiflung an ihrer eigenen sterblichkeit um das portal das ich in anderland an den westlichen hängen des uralgebirges manifestiert hatte errichtete eine gilde menschlicher nekromanten ihre schwarze burg aschgarion einen ganzen tag fliege ich über die weiten ebenen osteuropas weite teile west russlands sind heute fast menschenleer als ich die kahle aschbedeckte ödnis erreiche die heute die uralhänge erfüllt der zerstörerische einfluss der früheren nekromanten saugte der region das leben aus bis die jüngeren mage die macht an sich rissen und eine gemäßigte variante der nekromantie ausübten aber die ödnis wird bleiben die meiste zeit liegt über der grauen ebene ein zwielicht denn nur selten durchdringt ein sonnenstrahl den wolkenverhangenen himmel ich lande vor dem riesigen schwarzen portal der burg die wie ein schatten aufragt roderick erwartet mich bereits er führt mich durch zwielichtige gänge in eine kleine studierstube eine öllampe spendet funzeliges licht ich habe wieder meinen braunen mantel um um mich menschlicher erscheinen zu lassen so eingehüllt wirke ich wie einer der nekromanten normalerweise trage ich nur wenig kleidung sie gibt mir das gefühl eingeengt zu sein roderick erklärt mir dass das portal heute abend offen sein wird aber ich höre nur halb zu versunken in meine eigenen gedanken ich weise ihn darauf hin dass ich gerne möglichst wenig andere dabei hätte und keine rituellen formalitäten dann lässt er mich allein damit ich meditieren kann am abend erscheint roderick mit zwei jungen novizen ein rothaariges mädchen mit ernster mine und ein großer schlachsiger typ mit skalplocke sein gesichtsausdruck wirkt schalkhaft auch wenn er es zu verbergen sucht ich werde durch ihre frühzeitige ankunft überrascht und stehe da mit ausgebreiteten flügeln so muss ich eine haustraue fühlen die im morgen mantel vom postboten überrascht wird rasch werfe ich einen mantel über als die beiden novizen mich ehrfurchtsvoll anschnarren seid ihr bereit und sterblicher fragt roderick höflich ich nicke knapp mir ist nicht nach konversation immerhin gehe ich in das reich des todes in einer gigantischen halle tief unter der burg in den fels gehauen ruht das portal es sieht aus wie ein großer steiner naturbogen in dessen mitte ein violetter nebel wie eine leuchtende scheibe zirkuliert ein wirbel zieht den nebel in ein schwarzes loch in der mitte neben dem portal stehen zwei feuerschalen auf podesten roderick führt mich flankiert von den novizen unten erwartet uns ein alter mann mit grauen haar und dunkelblauen roben er wirkt streng aber wohlwollend das ist großmeister adan meint roderick wir sind die einzigen zeugen ich heiße euch willkommen ehrwürdiger betont der großmeister er hat eine tiefe aber freundliche stimme das überrascht mich bei dem düsteren äußeren ich will euch nicht mit langen reden aufhalten wir werden tag und nacht hier wache halten und auf eure baldige und gesunde rücke hoffen kann ich ansonsten noch etwas für euch fahren lassen ich antworte in seinem kopf danke nein ich benötige keine magischen hilfsmittel auf bald dann schreite ich zum portal und trete durch den wirbel es war als schreite man einfach in ein nachbarzimmer kein zerren und toben von energien oder getöse ich fühle enttäuschung aber was habe ich auch erwartet ich stehe auf einem hügel am portal das von dieser seite genauso aussieht wie in der burg endet eine lange straße über eine düstere ebene die sich so weit erstreckt wie das auge reicht erstreckt sich auch diese endlose straße immer geradeaus links und rechts ist sie gesäumt von häusern eins am anderen hier nahe dem portal scheinen die häuser leer zu stehen ich fliege einige wenige meter über den boden der straße entlang fensterläden klappern im wind schließlich sehe ich die ersten menschen ausgemergelte schatten in archaischen gewändern ich versuche sie anzusprechen aber sie bemerken mich nicht als ich ein dutzend der bleichen toten vergeblich angesprochen habe höre ich ein stimmchen aus einem winkel jemand wie dich habe ich noch nie gesehen es ist ein mädchen vielleicht acht jahre alt es tritt hinter einem abgestorbenen baum hervor ein blondes kind in schlichter kleidung ich lande vor ihr sie wirkt erstaunlich lebendig bist du ein engel nein ich bin nur ein reisender antworte ich die da können dich nicht sehen sie sind schon zu lange tot seit vielen tausend jahren glaube ich sie sehen nur noch ihresgleichen erklärt sie irgendwie scheint ihr das völlig normal du bist nicht tot nein komm vater wird dir alles erklären sie zupft an meinem mantel und führt mich die straße hinauf hier laufen menschen in neuerer kleidung herum warum sind hier all diese häuser frage ich das sind ihre erinnerungen die meisten klammern sich daran und gehen nicht weiter wie sie sollten ja da sind wir vor uns steht ein gepflegtes reihenhaus mit vorgarten trotz seiner schönheit strahlt das haus eine unvorstellbare leere aus ich schaudere das kind führt mich hinein im wohnzimmer sitzt ein wesen auf einem schaukelstuhl und starrt aus dem fenster auf die leere öde hinter der straße er wirkt wie die lebendig gewordene einsamkeit vater meint das mädchen fröhlich er ist da wie du sagtest danke laß uns allein liebes er steht auf und wendet sich zu mir in schwarzen roben steht ein skelett das mich mit leeren augenhöhlen anstarb das mädchen verschwindet in einem anderen zimmer ich habe dich erwartet unsterblicher weißt du was du getan hast ich suche nur jemand dann gehe ich wieder der tod starrt mich an warum existiert diese welt erst verstehe ich nicht was er meint dann ahne ich dass es eine art metaphysische frage sein muss weil menschen sterben antworte ich diese welt entstand durch die furcht der menschen vor dem tod und ich ebenso darum ist dein hier sein eine störung ich hätte es verhindert aber die magier sind zugeschickt im umgang mit dem tod gibt es ein problem frage ich deine unsterblichkeit sie zerstört diese welt dein hier sein beginnt schon jetzt die barriere zu schwächen du bist wie eine fackel in einem heuschober hier dann dreht sich der tod um und kramt in einer kiste in seiner hand trägt er eine maske aus wachs die menschliche gesichtszüge trägt er setzt sie auf um irgendwie menschlich auszusehen aber dadurch wirkt sein gesicht noch grauenvoller als zuvor übergroße augen glotzen mich starr an so ist es besser spricht er durch die maske damit du so schnell wie möglich wieder gehen kannst habe ich dir die antwort besorgt markus onderein er ist präsident der handelskammer und plant den tod vieler suche ihn in seiner zentrale auf und sprich mit ihm er steht hinter den verschwören gegen anderland jetzt geh der tod weist zur tür der tod wirkt nachdenklich und zum allerersten mal spüre ich überhaupt eine emotion in diesem leeren wesen ihre eltern starben ich adoptierte sie eigentlich wäre sie mit ihnen gestorben ich strebte nach gesellschaft da ist es wieder dieses flackern einer emotion in ihm der glaube der menschen schuf uns als leeres gehäuse ich war immer leer aber seit sie da ist ist etwas in mir jetzt geh meine welt trägt das gewicht deiner unsterblichkeit nicht länger ich gehe hinaus im vorgarten liegen verstreut und blubbernde leichenteile habe ich sie zuvor nicht bemerkt der anblick ist ekelhaft aber ich bereite meine schwingen aus und rase zum portal dort steht wieder das mädchen nett dass du hier warst sagt sie mir krampft sich das herz zusammen wenn ich daran denke was sie hier erwartet sie scheint es zu bemerken und grinst mich schief an noch nicht vater braucht mich noch weißt du manche der toten hier sind auch ganz lustig dann schüttelt sie mir die hand und eilt davon ohne weitere zeit zu verlieren trete ich durch das portal und stehe wieder in der felshöhle als ich mich umsehe bemerkt mich ein junger mann der erstaunt aufschreit ihr ihr stottert er und starrt mich voll ehrfurcht an es ist ein novize aber ich habe ihn noch nie gesehen seid gegrüßt meine ich leutselig aber er steht noch immer da wie vom donner gerührt ich ich dachte echt es sei nur so eine geschichte stammelt er offenbar weiß er nicht ganz was zu tun ist führe mich bitte zu großmeister adan sage ich wem der novize wirkt verwirrt warum stellt man hier trottel ab dieser junge noviz ist mit seiner aufgabe das tor zu bewahren offensichtlich überfordert verzeiht eurer ehren aber der großmeister heißt roderick schon solange ich hier bin jetzt bin ich allmählich verwirrt und wie lange soll das sein knapp zwei jahre her das sitzt ich lasse den satz in mich sinken dann führ mich zu ihm sofort der novize führt mich in ein turmzimmer an einem wuchtigen schreibtisch etwas gealtert sitzt roderick der rote aber nun trägt er die dunkelblaue robe von adan seine augen werden groß und tränen rinnen daran herab ihr seid am leben große götter was ist geschehen ich dachte ich würde euch nie wiedersehen bricht es aus ihm hervor ich unterdrücke eine leichte panik ich war nur knapp zwanzig minuten fort was ist geschehen zwanzig minuten roderick klappt der kiefer herunter hier sind über drei jahre vergangen seit ihr durch das portal gereist seid ich schlucke großmeister adan starb vor zwei jahren bei dem versuch euch zu finden in dem er seinen geist aussandte ich drehe auf dem absatz herum da ich sofort nach hause muss aber roderick ruft hinter mir hinterher wartet es hat sich etliches verändert in der welt was roderick zögert furcht ist ihm ins gesicht geschrieben vor etwas mehr als zwei jahren öffneten sich die ersten portale in die welt der toten aber keines war wie dieses hier sie waren wie chaotische risse die nach wenigen wochen wieder verschwanden niemand konnte sagen wo oder wieso sie auftauchten und sie erschienen schließlich in der neuen welt darum verdächtigt man dort die bewohner von anderland der verschwörung megakonzerne und regierung bereiten daher den gerüchten zufolge einen angriff auf anderland vor alle monster bei sich bei sichtung angegriffen ihr müsst wissen nun ihr müsst wissen dass aus den portalen untrute kamen monströse zombies massenhaft die die menschen angriffen das wäre dies noch nicht genug begann eine mysteriöse unfruchtbarkeit die menschen der neuen welt zu befallen all das hat die stimmung gegen anderland weiter aufgebracht schloss der magier ich atme durch tut mir leid aber ich muss fort erwidere ich ich bedauere die schwierigkeiten die ich euch machte ich hoffe wir sehen uns in besseren zeiten einmal meister roderick ich gehe zum fenster stoße es auf springe vom sims in die nacht und schieße so schnell wie meine flügel mich tragen nach westen endlich stehe ich vor meinem haus in der unterwelt äußerlich sieht alles aus wie an dem tag als ich hier abreiste aber an den fenstern sind keine blumen mehr ich schließe auf trete in die vorhalle und lege meinen mantel und tasche ab alles scheint wie immer ich durchsuche das untergeschoss aber niemand ist da immerhin erkenne ich an der küche dass hier noch jemand wohnt ich strecke meinen geist aus und spüre oben eine präsenz in der bibliothek ich eile nach oben und trete in den lesesaal am hinteren ende auf dem erhöhten sitz meines pultes sitzt ein junger man sein rötliches haar ist etwas länger als ich es in erinnerung hatte nicht mehr ganz kurz wie einst und ein halb lang ich trete ein und mache die tür geräuschvoll zu er erschrickt springt von seinem sitz auf bereit eine erwartete bedrohung zu entgegnen wer fängt mark an dann hält er im satz inne ungläubig starrt er mich an irgendwie fühle ich mich heute dauernd angestarrt das ist definitiv nicht mein tag aber er stockt dann rennt er auf mich zu und fällt mir in die arme ich fühle mich durch diese stürmische emotionale begrüßung etwas überfordert dann streiche ich durch sein gewachsenes haar ich spüre wie er unter meiner berührung bebt er schluchzt in meine kleidung lange stehen wir so da sagen kein wort ein großer schmerz es weicht von ihm ich fühle es ich bin wie der tod geglaubt der sohn der heimkehrt joe ich kann es nicht glauben was ist denn passiert warum warst du so lange weg er lächelt froh während er heult ich muß erst einmal einen kuss auf seine linken drücken probieren wie es schmeckt er piekst dann schaue ich noch einmal hin er hat einen kurz geschorenen Bart um den mund mit dem haar zusammen sieht er irgendwie wild aus ich grinse bei dem gedanken aber ich fürchte mich auch drei jahre allein nur mit garat das muß eine schwere zeit gewesen sein es tut mir sehr leid ich war in einer sagen wir anderen welt ich war nur kurz dort aber als ich wieder zurückkam sagte man mir es seien drei jahre vergangen für mich sind nur 20 minuten vergangen und ehrlich gesagt finde ich jetzt etwas komisch nach meinem empfinden bin ich gestern abend hier abgereist geht es dir einigermaßen gut ich spüre wie er schwer schluckt jetzt wieder besser garat und ich waren schon der überzeugung der hätte es dich in dieser anderen welt verirrt weißt du was hier los ist in der neuen welt vor allem nun ein wenig ich weiß von toren die in der neuen welt untote ausspucken gerüchte eines angriffs und einer grassierenden unfruchtbarkeit stimmt das denn mark nickt leider ja du weißt ja dass die konzerne und regierungen in der neuen welt früher recht zerstritten waren nun aber arbeiten sie eng zusammen unter führung der welthandelsorganisation ihr präsident betreibt einen besonders rigigen kurs gegen die regionen von anderland er hat durch die überschuldeten regierungen der welt eine ganze menge herrschaftlicher vollmachten erhalten und baut jetzt eine gigantische privatarmee auf die aus der modernsten technik besteht die man je gesehen hat präsident marcus onderein hat dem vernehmen nach befohlen die technologien in abgelegenen gebieten von anderlands zu testen wie du weißt funktioniert die meiste technik hier ja gar nicht also sucht er nach wissenschaftlichen wegen dieses hindernis zu umgehen wenige ganz simple schusswaffen funktionieren ja aber mit musketen kann er keinen krieg führen und daher lässt er weiter forschen wie gefährlich sind denn diese portale aus denen die untoten kommen jetzt nicht mehr so sehr wie zu beginn seit einigen monaten hat ihre frequenz deutlich abgenommen es ist als flicke jemand die risse sie entstehen allmählich immer seltener ich schaudere denn ich bin mir ziemlich sicher wer die risse jetzt gerade wieder schließt die chancen stehen gut daß ich sie verursacht habe mark muß es erfahren aber nicht heute erst muß ich einen überblick haben richtig schlimm aber ist diese unfruchtbarkeit fährt mark fort die geburtenraten sind teilweise um 70 prozent zurückgegangen keine medizin weiß einen grund daher vermuten viele menschen zauber aus anderland sind dafür verantwortlich ich halte das zwar für unsinn es ist wahrscheinlich die schuld ihrer eigenen technik irgendein gift oder eine strahlung oder so die man verschweigt das verstehe ich nicht antworte ich wahrheitsgemäß es passt nicht in die dinge hinein vielleicht ist es auch zufall daß so etwas gerade jetzt passiert was hast du denn hier gemacht in den drei jahren ging es dir gut naja mark wirkt verlegen ich habe mich gelegentlich mit belka dem elben und den anderen getroffen und erstockt und ich habe ein paar mal bei ihnen ausgeholfen was du hast bei der verschwörung mitgemacht jetzt bin ich platt wie konnte er sich nur so in gefahr bringen mark schaut mich verstimmt an ich wußte daß du so reagieren würdest jetzt ist er wütend aber ich habe mir Sorgen gemacht und ich mußte einfach etwas tun schließlich bin ich auch nicht blöde ich lege meine Hände auf seine Schultern und schaue ihm in die Augen Mark das habe ich niemals angenommen aber ich habe dich damals in etwas hineingezogen das ich dir nicht antun wollte ich wünschte du hättest weiter ein friedliches Leben führen können und daß ich dich jetzt vermutlich unterschätzt habe das tut mir leid aber jetzt wird alles wieder gut ich streiche über seine Wange und sein Zorn verfliegt Mark blickt verlegen zu Boden es tut mir leid es war alles einfach etwas viel das ist wahr die Lage steht schlecht für Anderland und wenn dieser Onderein Erfolg haben sollte wer weiß wenn die tatsächlich moderne Waffen hier einsetzen können steht es schlecht um uns Anderland ist nicht organisiert und wird sich daher nicht zur Wehr setzen können Belkar hat angefangen mit einigen einflussreichen Gruppen in Anderland zu sprechen um wenigstens ein Paar zur Zusammenarbeit zu bewegen nur wenn wir uns in Anderland zusammen tun können wir uns gegen diesen Angriff wehren für dich scheint der Angriff schon sicher zu sein werfe ich ein Mark zuckt mit den Schultern das sehen hier eigentlich alle so auch Belkar es ist eher die Frage des wann nicht des ob die verschiedenen Länder des deutschen Handels Bundes und andere europäische Regionen haben unter der Führung Ondereins ziemlich aufgerüstet das werden sie nicht ungenutzt stehen lassen von wem hat Belkar über dein gemeinsames Vorgehen verhandelt so ziemlich mit allem nur einige Gruppen sind so organisiert dass sie ständige Vertreter in den Rat ausgesandt haben ich kann ihm nicht ganz folgen Vertreter? Rat? Irgendwie fehlt mir da ein Stück Mark lacht oh klar Belkar hat die Gründung eines Rates angeregt der vor einem Jahr zum ersten Mal in Süddeutschland zusammentrat in einem Gebiet das vordringlich von den Waldelben bewohnt wird tagt seitdem regelmäßig ein Rat darin sind Vertreter der Wald-, Licht- und Dunkelelben Hochelben, Halblinge, Zintauren, Goblins, Orks, Merschan, Gnarl und Psiloni die Gnome, Zwerge, Jibberlins, Echsenleute und Redken haben bisher keine Botschafter aber der Rat tauscht mit ihnen gelegentlich Neuigkeiten aus im Notfall können so die Rassen von Anderland rasch informiert werden da hat sich ja einiges getan kaum ist man mal einen Tag weg schon spielt die Weltgeschichte verrückt bemarke ich trocken wo ist eigentlich Garad? er ging ins Trollkönigreich um sein Volk davon zu überzeugen sich dem Rat anzuschließen damit gehen sie ja keine Verpflichtung ein na komm, meine ich, wir essen erstmal etwas ich habe doch etwas Hunger Marc nickt und wir bereiten uns ein Essen zu wir sind noch beim Nachtisch als es stürmisch an der Haustür klingelt Marc und ich gehen hin an Marc vorbei ins Haus stürmt Melkar der Elb er will etwas sagen aber als er mich sieht hält er inne und staunt als wäre ich das achte Weltwunder du lebst meint er ich habe ja immer gewusst dass du wiederkommst na das ist ja etwas ich fühle mich verlegen so viele haben sich meinetwegen Sorgen gemacht Melkar begrüßt mich herzlich aber auch ich freue mich ihn heil wiederzusehen erst sehr langsam bekomme ich ein Gefühl dafür dass drei Jahre vergangen sind leider muss deine fröhliche Feier vor deine Rückkehr erst einmal warten beginnt Melkar und seine Mine verfinstert sich er schaut sich verschwörerisch um eine Geste die ich von ihm nicht kenne es hat begonnen meint der düster zu Marc dieser starrt Melkar mit offenem Mund an nur ich verstehe wieder einmal nichts die Truppen der Welthandelsorganisation haben mit der Invasion begonnen meint der Elb Marc bald die Fäuste wo sie haben vor einigen Stunden einen kleinen Trupp in die Region der Halblinge entsandt und ohne Nennenswerten Widerstand bereits große Teile okkupiert Halblinge fliehen seitdem ins südlich gelegene Reich der Zertauern der größte Teil der Truppen hat die Grenze des nördlichen Elbenkönigreichs überschritten der Angriff kam aus vier Richtungen und so schnell dass die Elben völlig überrascht wurden mein Volk hat sich ins Innere der Königreiche zurückgezogen aber es steht schlecht das macht Sinn antwortet Marc der Handelsbund kann so die Löcher in seinem Territorium schließen wenn er die Königreiche der Elben unterwirft die anderen Teile von Anderland liegen zumeist am Rand ich weiß ich sollte nicht schon wieder gehen aber die Information die mir der Tod gab und die solches Chaos angerichtet hat durfte nicht vergeben sein ich ging zur Tür und warf meinen Mantel über es tut mir leid aber ich muss noch einmal gehen ein nicht unbedeutender Teil von dem was hier passiert ist vielleicht meine Schuld ich fasse Marks Hand mach dir keine Sorgen ich werde wiederkommen und diesmal wird es keine drei Jahre sein darauf hast du mein Wort aber wohin gehst du denn? protestiert Marc ich gehe zu Markus Onderein dem Präsidenten der Handelsorganisation er muss diesen Wahnsinn stoppen anderland sechstes Kapitel Wunder der Technik zu den großen Rätseln des zweiten Zeitalters gehört der entscheidende vierte Weltkrieg mit dessen Ausgang das dritte Zeitalter begann die genauen Ursachen sind bis heute der geschichtlichen Forschung zum Trotz Dunkel aber man kann sagen dass danach eine wahre Zeitenwende folgte das heute seit Jahrtausenden verlorene Wissen der sogenannten Technologie spielte in diesem Krieg eine zentrale Rolle er sollte das Angesicht der Welt insbesondere unseres Kontinentes Aurora der in der Antike als Europa bekannt war vor immer verändern Prentes Leng, Erzkanzler der Magischen Akademie zu Maras Cordal 1379 des vierten Zeitalters aus historische Einschnitte in der Geschichte die Sonne steht blutrot am abendlichen Horizont in der Ferne steht der Handelsturm Schwarz ragt er in den Himmel das ist die Zentrale der Handelsorganisation und dort muss auch ihr Präsident sein Berlin wurde eine führende europäische Metropole nach dem Wiederaufbau der neuen Welt andere Städte hatte es viel härter getroffen Paris und London sind heute nur noch Schatten ihrer selbst zu stark war gerade in England die Präsenz von Anderland und mit der Zerstörung des alten Paris war in Frankreich der Großteil des modernen Lebens untergegangen das zentralistisch verwaltete Land war mit dem kurzen Krieg in die Bedeutungslosigkeit versunken und hatte sich nie mehr ganz davon erholt England klingte sich weitgehend aus der neuen Welt aus die Menschen dort strebten mehr nach dem Ausgleich zwischen neuer Welt und Anderland der alte Traum einer führenden Weltmacht war Deutschland ohne jedes eigene Zutun im 24. Jahrhundert endlich zugefallen daher saß vieles in West-Berlin gestern Abend traf ich mich mit den Anführern der Flüchtlinge die meisten sind Elben denn die Truppen der neuen Welt sind mit ihren neuartigen Waffen in den nördlichen Elbenreichen eingedrungen die magisch begabten Elben stellten schon immer die größte Herausforderung dar sollte es zu einer Auseinandersetzung kommen man hatte die Elben im Handstreich überrascht Gewehre von einfacher aber durchschlagender Konstruktion töteten hunderte von ihnen die Überlebenden flohen nach Süden in die anderen Reiche von Anderland nur wenige Elbenstädte in Norddeutschland standen noch denn die Menschen hatten sie gleich nach der Eroberung niedergebrannt ich verstand den Sinn erst nicht in Anderland konnten sie keine Fabriken oder Computernetze errichten was nutzte ihnen dieser Krieg später aber verstand ich es war ihr Hass und ihre Furcht sie wollten uns einfach nicht mehr in der gleichen Welt haben vielleicht hofften sie damals auch die magischen Regionen würden verschwinden wenn man einfach die Monster tötete als ich sie sah die verängstigten Gesichter der Elbenkinder der unschuldig verfolgten und geschundenen Wesen begann ich zum ersten Mal meine eigene ehemalige Rasse zu hassen die wenigen Menschen die in den Elbenreichen gelebt hatten waren mit ihnen geflohen und es sprach vor die Weisheit und Ehrenhaftigkeit der Elben dass sie sie nicht vertrieben sondern weiterhin unter ihren Schutz nahmen für eine Weile dachte ich daran mit den anderen Ardala zu sprechen ich wusste dass sie weit im Norden Europas eine geheime Festung hatten eine Stadt in den Bergen magisch verborgen für alle die nicht zu den Ardala gehören aber irgendwie wollte ich nicht zu ihnen und erst viel später habe ich verstanden warum die meisten Ardala zogen sich aus den Angelegenheiten der Staublichen zurück weil ich sie schmerzte und frustrierte alle Ardala bis auf ein paar in der Welt verstreute Einzelgänger wie ich lebten entweder in den verborgenen Städten oder in Antlang einer Ardala Stadt im Norden ich versprach den Vertretern der Flüchtlinge den Handelspräsident Präsident Ondrein zu finden und zu überzeugen den Krieg zu beenden seltsamerweise hielten mich am Eingang keine Wachen auf als ich die große marmorne Eingangshalle betrat erwartete mich niemand ich ging zum Fahrstuhl und drückte auf den obersten Knopf ich ahnte dass man andere Fallen aufstellen würde da ihnen klar war dass ich nicht mit ihren Waffen zu verletzen war oder hatten sich die Führer der Handelsorganisation versteckt als die Tür sich öffnete trat ich auf einen breiten Flur ich durchsuchte die oberste Etage fand aber niemand anwesend endlich kam ich in eine kleine Kammer als ich stählerne Schotts um mich herum blitzschnell schlossen ich war in einem Raum gefangen aber was bezweckte das ich fand es schnell heraus denn die Wände begannen sich auf mich zuzubewegen würde mich eine solche Quetsche zerstören ich schleuderte ein paar Feuerbälle die am Titanspadal wirkungslos abprallten dann öffneten sich ein paar schmale Schlitze an der Decke und Laserkanonen eröffneten das Feuer keine Wirkung bis auf ein leichtes Stechen auf der Haut ich hatte so etwas befürchtet nun blieb mir nur ein Weg ich mochte das nicht aber es war nötig ich ätherisierte mich das heißt mein Körper wurde feinstofflich es ist sehr anstrengend und jedes Mal war ich vor Monate der meisten meiner menschlichen Gefühle fast völlig beraubt die Ätherisierung löscht immer einen Teil meiner Menschlichkeit für einige Zeit aus und gerade jetzt wollte ich das vermeiden von Händen und Füßen begann ich zur Körpermitte hin ätherisch zu werden bis ich ganz verwandelt war ich schwebte voran durch Drang, Gestein und Stahl bis ich endlich die Zentrale fand ein großer verwinkelter Raum mit vielen Computeranlagen blinkenden Lichtern großen Wandschirmen und einigen Forschern da ich in diesem Zustand kaum wahrzunehmen bin reagierte zunächst niemand auf mich plötzlich löste sich jemand aus der Gruppe ein hochgewachsener Mann Ende dreißig mit kurzen braunen Haar dunklen Augen und schlichter grauer Kleidung und einem schwer zu deutenden Gesichtsausdruck Irgendwie hatte er nicht den typischen Ausdruck von austauschbaren Bürokraten wie sie vor der Handelsorganisation typisch waren er hatte ein wenig etwas Cäsarisches an sich aber ich sah auch einen verborgenen Schmerz in den Augenwinkeln er ging auf mich zu aber er starrte durch mich hindurch ich kann dich nicht sehen aber unsere Sensoren nehmen dich wahr Ardala seine Stimme klang kontrolliert etwas verbarg sich darin das ich nicht erkannte also verdichtete ich mich zu einem Körper und war wieder wie immer der Mann nickte knapp willkommen ich habe dich erwartet das erstaunt dich Monster das sollte es nicht ich weiß über Belkars Rebellentruppe Bescheid wie überhaupt über vieles ich starrte ihn einen Moment lang an ihr seid Markus Ondarain ich stellte es fest denn er trug ein Namensschild am Revier das stimmt aber ich weiß euren Namen nicht unsterblicher bist du von den Ardala aus Antlang gesandt worden ich schüttelte meinen Kopf dann stellte ich mich mit meinem Namen vor meinem wahren es war Berechnung Präsident Ondarain lachte als er ihn hörte und ihr hofft ich spreche euch so an nein Ardala ich weiß dass mich das vermutlich das Leben kosten würde euren wahren Namen auszusprechen er ging gelassen zu einem großen Tisch auf dem eine holographische Projektion Mitteleuropas zu sehen war darauf waren die Bewegungen der Truppen der neuen Welt und die Flüchtlingstreck der Elben zu sehen es war eine Kriegskarte fürchtet ihr nicht dass ich euch etwas antue Ondarain blickte mit gespielter Nachlässigkeit zu mir meint er nein nicht hier ihr müsst wissen dass hier mit großem Aufwand eine der wenigen Anti Magie Generationen errichtet ist ihr wartet mich keineswegs einäschern oder dergleichen ich flog auf ihn zu und die Wissenschaftler traten ängstlich zurück ich könnte euch einfach den Hals brechen sagte ich es klang finsterer als ich beabsichtigt hatte der Präsident strich sich am Kinn hmmm vielleicht ja aber was würde das nützen ich bin trotz allem nur ein Bürokrat ersetzbar andere der WHO würden die Truppen kommandieren und ihr könnt sicher keine ganzen Heere allein angreifen dann landete ich vor ihm Ondarain wirkte gelassen mit der Hand winkte gelassen mit der Hand und die Wissenschaftler verließen uns durch eine Tür einen unsterblichen zu sehen hat zugegebenermaßen meine Neugier erregt daher habe ich euch hier eindringen lassen wisst ihr ich hätte in der Quetsche einen solchen Generator anbringen lassen können es hätte euch zwar nicht töten können aber doch vor sehr lange Zeit festgehalten dann bin ich nur hier um eurer Neugier Genüge zu tun seid ihr zufrieden doch irgendwie hatte ich etwas nun großartigeres erwartet engelsgleich ihr seht eigentlich nur aus wie ein Mensch mit Flügeln Ondarain hielt einen kleinen Vortrag über die Menschen wir werden durch eure magischen Reiche mehr bedroht als vielen Menschen selbst klar ist Fortschritt Technik und freier Handel vertragen sich nicht mit chaotischer Magie und Monstern einst gehörte uns Menschen die Erde allein ihr seid nur ein trauriger Unfall die unglückselige Folge eines Fehlers ich denke ein Fehler den wir wieder ausbügeln müssen aber ihr habt Hass und Furcht unter den Menschen geschürt indem ihr uns als grausam und schrecklich darstellt ihr kontrolliert eure eigene Bevölkerung Ondarain legte den Kopf schräg meint ihr denn unsterblicher dass man die Menschen ohne Führung ihrem eigenen Willen überlassen sollte Präsident Ondarain ihr seid selbst ein Knecht der neuen Welt zum ersten Mal sah ich ein spontanes Gefühl in seiner Miene es war echtes Erstaunen dann lachte er ich ein Knecht die WHO kontrolliert den ganzen Handel und nahezu alle Medien ich bin die neue Welt ihr seid Sklave eurer Furcht und nicht Herr eures Willens Ondarain machte eine wegwerfende Handbewegung wenn das ein mystisches Gleichnis sein soll dann hilft es nicht da er zeigte auf einige blaue Punkte auf der Karte die gerade in einer der letzten Städte der Elben vordrangen das ist real Macht Handfeste Macht bald wird unsere Technik soweit sein dass ihr mit Magie nichts mehr gegen uns in der Hand habt warum sollten die Elben etwas gegen euch in die Hand haben das ist doch paranoid findet ihr wer Macht hat wird sie früher oder später auch benutzen das ist immer so und nun da wir im Vorteil sind müssen wir unsere Vormacht nutzen und die Konkurrenz besiegen die Monster ihr würdet es auch so tun wenn ihr im Vorteil seid das kann nur jemand sagen der so kurzlebig ist wie ein Mensch spie ich ihm entgegen irgendwie verlor ich die Kontrolle ich wollte diplomatische vorgehen aber diese kalte Berechnung dieser Wahn machte mich wütend ich bin irgendwie enttäuscht Adala eure gespielte Wut wird mich nicht täuschen die Monster warten nur auf eine Schwäche um die euch so verhasste Technik zu vernichten ich atmete tief um mich zu fangen Streit würde nichts nützen aber konnte ich überhaupt zu ihm durchdringen ihr seht euch vom Bösen umgeben die neue Welt hat uns nie die Hand zur Versöhnung gereicht seit der Transformation habt ihr uns gehasst und verachtet glaubt ihr wir würden euch vertrauen aber dieser Krieg wird nur mehr Hass und Furcht erzeugen ihr könnt nicht gewinnen selbst wenn ihr alle Gegenden von Anderland erobert Markus Onderein grinste selbst zufrieden ach ja ich wäre jedenfalls zufrieden mit einem einfachen militärischen Sieg und kein spirituelles Gequatsche wird das ändern denn ich habe genug Mittel gegen eure magischen Tricks und Spielereien er drückte auf einen Knopf und auf einem Bildschirm war ein an einen Stuhl gebundener Elb ein Magier offenbar an seine Stirn hatte man etwas Technisches angeschlossen wir haben endlich einen Durchbruch in der Entwicklung der Psychosonden erreicht seht selbst der Elb wand sich unter Schmerzen die Sonden werden uns seinen Geist wie ein offenes Buch darlegen bald wird sich uns das Geheimnis eurer Magie erschließen und dann können wir uns gegen ihre störenden Energien sichern dann werdet ihr eines Tages erkennen dass das Dunkel gewonnen hat ich fühlte eine lähmende Trauer war dies das Ende ich schaute wieder zu Onderein er beobachte den gefolterten Elben zufrieden als ich ihn sah verschob sich plötzlich die Realität als würde ein Vorhang von einer Illusion fortgezogen es zerreißt mir das Herz ich hatte es gesagt bevor ich die Worte aufhalten konnte der Präsident schaute mit hämischer Miene zu mir der Elb wird nicht der Letzte sein der dann hielt er plötzlich inne vor einem langen Augenblick waren unsere Augen aufeinander gerichtet ich war derjenige der sich zuerst abwenden musste ich starze zu Boden mein Ausdruck erfüllt von Mitleid was rief der Präsident das ist ja lächerlich ich irgendwie sprach er nicht weiter und dann sah er Tränen in meine Augen steigen er hatte gewonnen niemals seit meiner Transformation war das geschehen es war solch eine große Dunkelheit in ihm wie ich sie nie zuvor gesehen hatte in einem Wesen in seiner Seele das Ende aller Hoffnung und Träume ich streckte meine Hand nach ihm aus aber er wich davor zurück wie vor einer Giftschlange nein keuchte Onderein und taumelte zurück wenn uns Ardala auch keine göttliche Macht von Engeln gegeben ist Präsident ein Geschenk will ich euch doch machen ich erhob mich und flog langsam auf ihn zu bis er wenige Meter vor mir in der Ecke stand was soll das sein eine Rache ich sprach in seinen Geist ich zeige euch die Wahrheit der Dinge und dann berührte meine Hand seine Wange für einen Moment nur vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben sah er ohne Einschränkung sich selbst wie er wahrhaftig war wie andere ihn sahen sah sich ganz wahrhaftig und ohne all die vielen kleinen Lügen die Sterbliche um ihr Ego aufbauen 15 Minuten unendlich lange hatte er in einer Ecke gekauert keiner Regung fähig und starrte ins Leere ich hatte mich abgewandt wollte den wimmernden Menschen nicht sehen und blickte aus dem Fenster auf die Stadt das neue Berlin ich möchte die Führer der Elben sehen ich hörte seine Stimme wie aus großer Entfernung dann wandte ich mich um ich sah einen anderen Menschen ich hatte diese ultimative Waffe niemals verwendet nun fühlte ich mich elend diese Vision die Wahrheit der Dinge ist die größte Strafe die ein Ardala verhängen kann wer sie nicht kennt vermag nicht zu erfassen warum Markus Ondarain war tot der Ondarain den ich vorhin aufgesucht hatte zumindest es war etwas weitaus schrecklicheres als jemand zu töten ich hatte ihn die natürliche Entwicklung eines Wesens brutal eingegriffen ihm alle Säulen seiner Identität in einer Sekunde zerstört er würde den vollen Schock erst viel später spüren wenn die Monster Verzeihung die magischen Wesen bereit sind werde ich eure Vertreter zu einer Friedensverhandlung an einem Ort ihrer Wahl treffen drei Tage später trafen die Elbenfürsten mit Markus Ondarain auf der Insel Rügen zusammen die Elben hatten diese Insel gewählt zu dieser Zeit waren etliche Gegenden der Elben weltweit zerstört worden aber nun würde der mächtigste Mann der neuen Welt Frieden bieten damit ein großer Krieg verhindert werden könnte ich erinnere mich an diesen Tag es war ein lauer Herbsttag und die versammelten Elben erwarteten die Gesandtschaft aus der neuen Welt Belkar der Elb Marc und ich waren als Vermittler bestellt und sollten die Gespräche leiten plötzlich kam die Nachricht dass ein Boot aus der neuen Welt angelangt war ich sah nur eine sehr kleine Gruppe von Menschen was mich erstaunte da erkannte ich Ondarain sein Gesicht spiegelte tiefe Verzweiflung war das die Nachwirkung der Berührung Ondarain war nur in Begleitung einiger Menschen keiner wirkte wie einer der Führer der neuen Welt wir begrüßten sie und ich stellte die Anwesenden vor als Ondarain mich beiseite zog ich muss euch und einige Vertreter der Elben sofort sprechen unter vier Augen er wirkte echt und dringlich das wird das Vertrauen nicht stärken Präsident aber wenn ihr wollt ich wählte Belkar und einen der ranghöchsten Elbenkönige und Marc die mit mir zusammen mit Ondarain in das Hinterzimmer einer kleinen Hütte gingen was ist denn nun? fragte Belkar ernst was für ein Spiel ist das jetzt? Präsident Ondarain fiel erschöpft in einen Stuhl es ist aus es ist alles aus dann schlug er die Hände vor das Gesicht schließlich blickte er zu mir auf vorgestern kamen die ersten über die Grenze von Osten her untote hunderttausende vielleicht Millionen keine Waffe keine Technik vermag sie aufzuhalten sie haben bereits viele Städte in Brandenburg und Sachsen überrannt nur in der neuen Welt wenn das euer Plan war dann habt ihr gewonnen Monster es euch einer grauenvollen Streit macht haben wir nichts entgegenzusetzen niemand konnte für einen Augenblick etwas sagen wir haben kein Heer von Untoten gegen die neue Welt mobilisiert meinte der Elbenkönig Laaris er war ein weiser alter Elb würdig und ruhig aber diese Nachricht besorgte auch ihn sichtlich auch bei uns haben sich Portale geöffnet aus denen Untote kamen aber nur wenige und unsere Magier vernichteten sie schnell wann immer sie sich zeigten seid ihr euch über die Größenordnung sicher und sie kommen von Osten ja rief Onderein niedergeschlagen und nicht nur hier irgendwo aus der Tiefe Russland strömen Millionen Untote Zombies, Skelette, Ghouls namenlose Schrecken in alle Teile der Welt selbst in Übersee wurden die ersten Armeen gesichtet die WHO hat mich abgesetzt weil ich Nachsicht und Frieden verlangte in wenigen Stunden baten sie alle technischen Waffen mobilisieren es wird eine Katastrophe angesichts dieser Entwicklung schnürte sich mir die Kehle zu ein schrecklicher Verdacht wuchs in mir Aschgarion das Portal in die Totenwelt nur dort konnte die Antwort liegen Verzeiht meinte ich an Belka, Laaris und Onderein gewandt ich muss fort diese Dinge hier können nur von einem Ort ausgehen ich werde sofort hinfliegen tut was ihr könnt einen großen Krieg zwischen neuer Welt und Anderland zu verhindern mit Glück können die Untoten aufgehalten werden ich wandte mich zur Tür aber Mark versperrte mir den Weg oh nein diesmal wirst du nicht alleine gehen Joe ich bin so oft alleine zurückgeblieben wenn du zu gefährlichen Orten aufgebrochen bist in den letzten drei Jahren habe ich bewiesen dass ich auf mich aufpassen kann ich habe nie etwas verlangt von dir aber jetzt will ich mit ich sah in seinen Augen wie ernst es ihm war dann komm ich griff ihn breitete die Flügel aus und schoss so schnell wie ich konnte nach Osten zur Festung der Nekromanten in Aschgarion auf dem Flug sahen wir gigantische Heere von Untoten in Bewegung wie ein von Insekten war der Boden geschwärzt von ihrer Masse es war als wären alle Toten gegen die Menschen der neuen Welt aufgebrochen seltsamerweise fand ich Aschgarion nur wenig verteidigt ein paar hundert Skelette bewachten die Rabenschwarze Burg ich landete auf einem Turm und eilte mit Mark in der Hand zum Turm des Großmeisters Roderic Roderic der Rote saß niedergeschlagen in seinem Sessel als ich die Tür eintrat und zusammen mit Mark wütend auf ihn zu eilte füllten sich seine Augen mit einem Schimmer der Hoffnung Ardala ihr seid hier rief Roderic was ist hier los es es ist Ischerion einer meiner Schüler es ist alles seine Schuld stammelte der gealterte Zauberer schnell in das Gewölbe nur eure Macht kann die Tür noch aufbrechen ich verstehe nicht ich versuchte in Roderic Geist Anzeichen für einen Verrat zu finden aber seine Freude und seine Freundschaft waren echt was habt ihr Teuflisches ausgeheckt brauste Mark zornig auf sodass Roderic erschrocken zurückwich ich hielt Mark am Arm fest einen Moment lang wollte er sich entwinden und den Zauberer angreifen dann sah er meinen Gesichtsausdruck und hielt inne also Roderic was hat euer Schüler Ischerion getan? er hat entdeckt dass sich seit eurer Reise in die Totenwelt einige Portale öffneten aus denen kleine Gruppen von Untoten gelangten aber es waren immer nur wenige vor einigen Wochen verbarrikadierte er sich im Gewölbe und plötzlich erschienen Tausende und Zehntausende er beschwor sie mit dem Stein der Zeit Stein der Zeit? sprecht schnell Roderic das Schicksal der Welt steht in diesen Minuten auf der Kippe drängte ich das Stein der Zeit ist ein magisches Artefakt welches Portale vervielfachen kann vor jedes zufällig erstandene Portal in die Unterwelt konnte er Dutzende weitere öffnen hier überall in der Welt so hat er in wenigen Tagen an die drei oder vier Millionen Untote beschworen vielleicht mehr er selbst hat die Zeit um sich herum so verzerrt dass er die Beschwörungen vieler Jahre in wenigen Wochen durchführen konnte und alle Portale sind an das eine Portal in unserem Gewölbe geknüpft darum lässt er niemanden hinein keiner unserer Zauberer kann zu ihm gelangen jemand muss ihm den Stein abnehmen und einer muss ihn in das Portal tragen Mark starrte den Magier misstrauisch an wozu soll das gut sein? werden dann nicht noch mehr Untote ausgespiehen? nein! schrie Roderic erregt der Stein würde die Zeit im Portal anhalten und als Folge würden sich alle anderen Portale in die Totenwelt vor immer schließen aber der Stein wirkt nur wenn ihn jemand in der Hand hält darum ist derjenige vor immer in einem magischen Feld eingeschlossen in einer Sphäre ohne Zeit ich werde es wieder gut machen wenn ihr nur das Siegel des Gewölbes aufbrecht Marc, Roderic und ich eilten die Gänge zum Gewölbe hinab und ich sprengte das Tor zur Kammer des Portals mit einer gewaltigen Feuerlanze auf der große würdige Saal hatte sich sehr verändert umrahmt von zwei Säulen stand noch immer das Portal da aber überall waren Lachen getrockneten Blutes Leichenteile und stinkendes, verfaulendes Fleisch ein unerträglicher Geruch erfüllte den Saal neben dem übermannshohen Portal stand ein hagerer junger Mann in schwarzen Roben es war eben der welcher mich einst als erster gesehen hatte als ich nach drei Jahren aus der Totenwelt zurückkehrte der persönliche Schüler von Roderic an seiner Seite standen ein Dutzend weiterer Nekromanten ich drängte Marc in eine Ecke und hieß ihn im Geist sich herauszuhalten Ischirion hielt einen blauen leuchtenden Stein etwa von der Größe eines Hühnereis in der Hand und war gerade bei einem Ritual so, Meister Roderic, ihr habt also jemanden gefunden der euch alten, schwachen Magier die Tür öffnet schade, jetzt muß ich eine neue machen dann wandte er sich an seine Schüler Celas, vernichtet sie, damit wir weitermachen können sofort die Magier umringten uns im Halbkreis und griffen mich und Roderic sofort an Roderic schleuderte Blitze und Flammen und auch ich attackierte die jungen Magier Ischirion sah dem Untergang seiner Schüler gelassen ja gleichgültig zu als die Hälfte besiegt war hob er die Hand und ein Lichtstrahl schoß aus dem Stein auf mich zu ehe ich zur Seite fliegen konnte traf mich der Strahl und ein kaltes, blaues Licht umgab mich Ischirion kicherte boshaft es war der blanke Irrsinn der aus seinen Blut unterlaufenden Augen sprach gegen meine Herrschaft über die Zeit selbst wird auch ein ganzes Heer von Ardala nichts ausrichten ist das nicht eine Ironie ich vernichte die neue Welt und ein Monster versucht einen Menschen daran zu hindern er blickte mich überheblich an warum tut ihr das im Hintergrund hatten die anderen Magier Roderic in die Defensive getrieben und ich konnte mich nicht bewegen ich kämpfte nach Kräften dagegen an zerrte an meinem Zeitgefängnis vermochte aber nichts gegen den Zauber auszurichten warum konnte ich mit Mühe hervorbringen ist das nicht offensichtlich wir Menschen haben in Anderland wenig ansehen weil unsere Vettern in der neuen Welt euch verfolgen und zu vernichten suchen nun werde ich den Monstern beweisen dass wir auf eurer Seite stehen indem ich die Gefahr der neuen Welt ein für allemal beseitige ich hatte es nicht gesehen aber die folgenden Sekunden werden sich für immer in meinen Geist einbrennen gleich wie viele Ewigkeiten vergehen Roderic war kurz davor von den Zauberern überwältigt zu werden dann war Mark bei Ischirion er rannte auf ihn zu boxte ihn in den Magen und entriß ihm den Zeitstein ich wollte etwas sagen schreien etwas tun aber der Bann löste sich nicht sofort von mir und dann fiel ich wie ein Stein zu Boden ich war ausgelaugt es geschah wie in Zeitlupe Mark rannte mit dem Stein weg drehte sich noch einmal zu mir um und sprang mit dem Stein in der Hand in das Portal was folgte war das Inferno ich wurde wie eine Puppe an die Wand geschleudert und verlor das Bewusstsein als ich viel später erwachte gestützt von Roderic der selbst Blut überströmt aussah war die Fäulnis aus dem Saal gewichen Ischirion und seine Schüler waren tot vernichtet durch die magische Explosion in der Mitte des Saals stand wie in gefrorenem Eis die in einen übermanns hohen Kristall eingehüllte Gestalt von Mark bannert in der Hand hielt er den Zeitstein und seine Mine war erfüllt von Schmerz und Triumph ich brach vor ihm zusammen und sank für lange Zeit in die Dunkelheit in den vielen Jahren die ich mich danach in einem Turm in Ischirion einschloss interessierte ich mich für nichts was in der Welt geschah jeden Tag besuchte mich Roderic fast 14 Jahre lang ich konnte nichts tun als dort im Turm sitzen und aus dem Fenster zu starren schließlich blieb Roderics Besuch nach 14 Jahren zum ersten Mal aus und ich verließ meinen Turm an diesem Tag starb Roderic der Rote Großmeister der Nekromanten von Ischirion in meinen Armen die letzten Stunden mit mir berichtete er dass über 5 Jahre lang ein weltumspannender Krieg zwischen der neuen Welt und Anderland tobte die Menschen der neuen Welt geschwächt durch die Heere der Untoten wurden aus vielen ihrer Gebiete vertrieben und am Ende siegte die viele Rassen umfassende Allianz von Anderland über die neue Welt der Menschen denen nur wenig blieb als zuvor ich vernahm es ohne Genugtuung und nach dem Tod Roderic schloss ich mich im Turm von Aschgarion ein und vor viele Jahrhunderte sah mich keine sterbliche Seele mehr Anderland Band 1 Epilog Die Menschen sagen der Tod sei das Schlimmste von allem denn so fürchten sie man vergeht und das Universum existiert weiter nur du bist nicht mehr darin aber das ist nicht das Schlimmste das Schlimmste ist zu existieren und das Universum um dich herum alles was ist stirbt das weiß ich ich muss es wissen denn genau das ist mir passiert es gibt keine Worte in euren Sprachen um dies zu beschreiben und obwohl es lange her ist erinnere ich mich daran eingebrannt in das Gewebe meines Seins als wäre es gestern gewesen ich fiel in Finsternis und es war als ob alle meine Sinne ausgelöscht worden wären als ob ich blind und taub geworden wäre stell dir vor das ganze Universum würde um dich herum starben während du lebst bis du allein in einem toten Universum zurück bleibst stell dir vor die Welt würde alle Gerüche Farben Geräusche und Tiefen verlieren bis nur noch ein graues flaches Bild übrig bliebe es war als wäre das Universum zu einer riesigen endlosen Leere geworden in der nichts lebt in der nichts als das Echo meiner eigenen Gedanken existiert als wäre das Leben aus allen Dingen heraus geblutet und die Stille würde dich ersticken ich kann mir nicht vorstellen dass der Tod oder irgendein Schmerz schlimmer sein könnten ich blieb das einzige Lebewesen in der Schöpfung zumindest kam es mir so vor meine Existenz war eine endlose Qual in der grenzenlosen Dunkelheit einer Leere und schlimmer noch sie war erfüllt von Gespenstern von Dingen ohne Tiefe und Leben so war es für mich ihr die in der Dunkelheit und der Stille des Geistes geboren seid ihr könnt euch nicht vorstellen wie es war ich zu sein ich konnte die Lieder der Bäume hören den Chor all meiner Leute meiner Lieben meiner Familie ich konnte das Gras wachsen hören die Fische im Ozean und den Aufgang einer Sonne auf der anderen Seite der Galaxie ich konnte alle Stimmen hören die Vögel in fremden Himmeln das Flüstern einer Biene die sich im ersten Frühlingslicht öffnet in Welten die so weit entfernt sind das kein Gedanke sie je berührt hat all das konnte ich hören das Leben war eine Melodie in meinem Herzen und in meinem Geist aber am wichtigsten war dass ich die Seele jedes anderen meiner Art hörte ich hörte ihre Gedanken als ewigen Gesang in meinem Verstand ihre Gefühle in meinem Herzen jeder einzelne von ihnen war anwesend überall um mich herum und in mir und darin lag unendlicher Frieden der Seele Stell dir vor du gehst durch eine lebendige Welt die ständig in dir widerhallt und du fühlst die Verbindung zu allen Lebewesen nein zu allen Dingen überhaupt denn alle sind für dich lebendig so war es für alle meiner Art bis zum Fall in dieser Dunkelheit der Seele gefangen zu sein ist ein Schicksal schlimmer als der Tod es ist ein Leben in der Stille blind und taub in einer toten Welt allein in meinem Kopf ohne alle die Lieder und Stimmen wie kannst du dir vorstellen wie es war es war als hättest du im Herzen der Glückseligkeit gelebt wer kann schaden wenn jedermanns Herz in deinem Widerhalt wer kann jemals allein sein wenn wir alle Lieder in dir sind ich habe euch immer dafür bewundert wie weit ihr es gebracht hat obwohl ihr mit diesem grundlegenden Makel der Stille geschaffen wurdet nur eine Stimme nur eine Stimme in eurem Kopf ihr seid verkrüppelt und ihr wisst es nicht einmal ihr seid so sehr reduziert und doch habt ihr so lange überlebt ich aber bin nun gefangen und diese Dunkelheit quält und erstickt mich jeden Augenblick der Unendlichkeit sie erdrosselt mich und ich ertränke in mir selbst aber das Schlimmste ist diese Stille nur eine Stimme in meinem Kopf und das ist das die Stimme in meinem Kopf die Stimme in meinem Kopf die Stimme in meinem Kopf